Moment mal, wonach riecht das hier? Nach Glatzkopf, der läuft wie ein Rentner. Na gut, Zelda war das erste Mal im Urlaub und kein Urlaub ohne Minigolfen, ist ja klar. Aber die kriminelle Wurst ist auf illegaler Mission. Kurz zu Doggo Wutzke geworden und Hole in One oder so. Aber mal ganz ehrlich, der kleine Halbhund, Halbohrenmix spielt eh viel lieber mit Bällen. Die Sportart nennt sich Minigolf Offroad und ist besonders spannend neben der Bahn. Aber nach dem Sport erstmal ordentlichen gelben Strahl mit Ausblick in die Wiese drücken und dann hat die Wurzessin Saurons Turm entdeckt. Also nix, weh hin. Schnell nochmal ein Foto für einen Baum gemacht. Happy Dog, Happy Life oder so ähnlich geht auch der Spruch. Naja, Zelda wollte dann doch nicht da hochlaufen, gab keinen Aufzug. Und dann haben wir hier sogar die 1000 Follower geknackt. Was ein wilder Tag. Darauf erstmal ordentlich ein, wegpennen, mach das bloß weg und verpasse nicht.